Isabel Daniel, das Interview mit der Politik-Chefredakteurin. Zumindest eine bundesweite Wahl ist jetzt schon einmal fix und das ist jene für die Bundespräsidentschaft. Und da gibt es durchaus ein sehr ungleiches, aber sagen wir so, ein Duell zwischen Alexander Van der Bellen und Walter Rosenkranz. Es gibt natürlich 22 Kandidaten, die derzeit versuchen, gegen Van der Bellen anzutreten. Aber nur wenige haben die Chance, auch wirklich die 6.000 Unterschriften zu erreichen. Einer davon ist eben Walter Rosenkranz. Und ich freue mich heute an ein ungewöhnliches Duell, aber eines, das man hier schon kennt, vorstellen zu können. Nämlich ein blau-grünes. Und darum geht es ja auch bei der Bundespräsidentschaftswahl, aber auch bei zig anderen Themen. Einerseits Maximilian Kraus, FPÖ-Klub-Chef der FPÖ in Wien. Danke für die Einladung. Danke. Und andererseits der grüne Gemeinderat, grüne Wirtschaft und Unternehmer Hans Asenowitsch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Danke. Beide so höflich. Das kennt man nicht immer von diesen Duellen. Aber ich fange jetzt einmal mit der FPÖ an und dem Bundespräsidentschaftswahlkampf. Da ist ja nicht alles immer so geglückt gelaufen. Zumindest hat es nach außen so gewirkt. Und der eine oder andere Freiheitliche sagt das auch off the record. Aber on the record seid ihr alle ein Herz und eine Seele, oder? Ich sage off und on the record, dass ich glaube, dass wir mit Walter Rosenkranz einen ausgezeichneten Kandidaten haben, der quer über die Parteigrenzen auch anerkannt und als guter Politiker geschätzt wird. Er war lange im Parlament. Er hat dort viel Erfahrung gesammelt. Er war Klubobmann einer sehr beliebten Regierungskoalition. Und er tritt jetzt seit mehreren Jahren auch als Volksanwalt auf, in dem er sich für Menschen einsetzt, die Anliegen haben, die sonst oftmals auf der Strecke bleiben. Er ist auch bekannt aus dem Fernsehen, weil er diese Aufgabe sehr gut macht. Also ich glaube, dass wir hier einen Kandidaten haben, der einerseits staatstragend wirkt, andererseits auch einen juristischen Hintergrund hat, der als Anwalt Erfahrung gesammelt hat, aber auch die nötige politische Reife und Finesse mitbringt, um diesen Wahlkampf gut zu bestreiten und dann hoffentlich auch neuer Bundespräsident zu werden. Weil das ist eine große Unzufriedenheit in Österreich mit Van der Bellen gibt, die man vielleicht in manchen Medien nicht immer wieder findet, aber wenn man mit den Menschen draußen spricht, das ist, glaube ich, nicht abstreitbar. Und da ist Walter Rosenkranz der einzige Kandidat, der hier auf Augenhöhe, sage ich einmal, mit dem aktuellen Bundespräsidenten hoffentlich diskutieren wird, weil man hört ja, dass der aktuelle Bundespräsident überhaupt nicht ins Fernsehen gehen möchte, sich überhaupt keine Diskussionen stellen möchte. Und deswegen vielleicht auch gleich einmal zu Beginn meiner Bellen, Sie kennen ihn ja sicher, vielleicht können Sie ihm ausrichten, trauen Sie sich ins Fernsehen, trauen Sie sich zur Diskussion, diskutieren Sie mit anderen Kandidaten, auch mit Walter Rosenkranz und erleben wir deswegen auch einen fairen Wahlkampf und keinen, wo ein Präsident sich nur versteckt in der Hofburg und keine Diskussion sucht. Das ist einer Demokratie unwürdig. Gut, jetzt sind Sie direkt angesprochen worden. Also erstens einmal, ich wollte nur sagen, der aktuelle Bundespräsident ist ja kein grüner Kandidat, sondern ein parteifreier Kandidat und er wird sehr wohl von einer sehr breiten Basis getragen. Scheinbar kommunizieren wir mit unterschiedlichen Menschen auf der Straße, weil ich bekomme sehr viel Zustimmung und nämlich quer durch alle Fraktionen. Auch beim Gemeinsamen Personenkomitee sind Menschen aus allen Fraktionen vertreten, also aus allen, bis auf Blau, aber Neos, Schwarz, Rot und Grün natürlich. Und das ist gut so. Ja, er arbeitet, er arbeitet sehr viel bis jetzt. Ich bin nicht sein Wahlkampfleiter. Ich habe keine Ahnung, wie der Wahlkampf aussehen wird, welche Diskussionen wie sein wird. Aber fänden Sie es nicht gut, wenn es im TV Diskussionen geben würde? Ich fände es generell immer gut, dass das bei Wahlen Kandidatinnen sich präsentieren. Das finde ich gut. Das ist auch Sie in einer Wahl. Wie das genau ausschaut, weiß ich einfach nicht. Also ich bin wirklich die falsche Ansprechperson. Das kann ich beantworten, weil das weiß Maximilian Krause auch, das hat die Hofburg schon gesagt. Er wird sich natürlich Interviews stellen, aber er will sich keinen Diskussionen, diesen Duellen stellen. Das ist schade. Weil er natürlich der Meinung ist, dass da sehr viele Spaßkandidaten dabei sind. Ja, ich glaube, man wird ja jetzt einmal sehen, wer die 6.000 Unterschriften tatsächlich auch schafft. Und es gibt vielleicht von der Birken Partei einen Spaßkandidaten, ja. Aber auf der anderen Seite, auch wenn er 6.000 Unterschriften schafft und die Demokratie und die Verfassung und die gesetzlichen Rahmenbedingungen nun einmal vorsehen, dass derjenige oder diejenige, es gibt ja leider keine Frau, die kandidiert, 6.000 Unterschriften schafft, dann ist das ein ernstzunehender Kandidaten und dann muss es auch einen Austausch der Argumente geben. Und ich glaube, dass es eine Bilanz gibt von 6 Jahren von der Bellen, die vielleicht manche Leute gut finden, andere allerdings sicher nicht. Wenn wir zurückdenken, wie er noch vor wenigen Jahren gesagt hat, es wird noch jede Frau aus Solidarität mit den armen Muslimen in eine Burka tragen müssen oder wo er weggesehen hat bei türkisen Skandalen und bei erster Gelegenheit dafür einen FPÖ-Minister rausgehauen hat oder wo er auch jetzt zu 100% hinter den schädlichen Sanktionen steht. Ich glaube, all das sind Themen, wo es unterschiedliche Standpunkte gibt und wo es in einer Demokratie notwendig wäre, diese auch offen und ehrlich zu diskutieren und zu sagen, der eine hat diesen Zugang, der andere hat diesen Zugang, die Menschen sollen am Ende entscheiden, welcher der gewünschte ist. Aber nur zu sagen, ich gebe dieses Interview oder dieses Interview mit ausgewählten Journalisten, das finde ich schade und nicht gut. Also ich beginne mal aus, wir haben ja Gemeinsamkeit und ich möchte dir jetzt einmal hervorheben in Ihrer jetzigen Aussage zwei Dinge, die ich unterstreiche. Es ist auf jeden Fall schade, dass es keine Frau gibt, da bin ich voll bei Ihnen. Und auch das, was Sie gesagt haben, mit der Verfassung sehe ich genauso. Es gibt keine Spaßkandidaten, im Gegenteil. Ich finde, jeder Mensch, der auch jetzt diese Hürde schafft, und es ist wirklich nicht leicht, ich war jetzt dreimal auf der Straße und es ist ein Aufwand auch, über das können wir auch reden, ob das in Zukunft noch gescheit ist, auf ein Amt gehen zu müssen, dort beglaubigen müssen, das ist schon ein Aufwand. Also jeder, der diese Hürde von 6.000 Unterschriften schafft, ist natürlich ein berechtigter Kandidat. Sie haben die Verfassung angesprochen. Übrigens, ich kann mich noch gut erinnern, wie der Bundespräsident sehr positiv über die Verfassung gesprochen hat und gesagt hat, Gott sei Dank haben wir diese Verfassung, weil er hat sie oft gebraucht in den letzten Jahren, Sie wissen das. Er hat nicht einen Vizekanzler... Er hat einen vielen Ministerwechsel, der kiesgrüne Regierung, da musste er viel machen. Ja, schon, aber ich will jetzt nicht problemisch werden, aber die Minister, die zurückgetreten oder zurückgetreten haben müssen und nicht wegen Krankheit vielleicht gegangen sind oder weil sie von anderen Gründen... Und es war nicht der Van der Bellen, der einen Strache rausgeschmissen hat zum Beispiel. Der ist schon von alleine gegangen. Ich kann nur sagen, ich war froh, dass in dieser Phase der Bundespräsident Van der Bellen hieß. Ich war froh, dass wir diese Verfassung haben. Ich war froh, dass er mit Besonnenheit, und Sie können sich erinnern, Expertinnen-Regierung und, 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 dass er die Instrumente der Verfassung genutzt hat. Und ich war froh, dass er zu diesem Zeitpunkt Präsident war und ich hätte mir kein Besseren vorstellen können. Ganz kurz nur, weil Hans Asenowitsch hat das nicht korrigiert. Der Van der Bellen hat natürlich nie gesagt, alle Frauen müssen aus Solidarität eine Burka tragen. Er hat zwar wohl einen Vorschlag in diese Richtung gebracht. Also, das war überhört, ehrlich gesagt. Das war überhört, das kann man auch... Es ging um das Kopftuch, das stimmt, aber eine Burka ist noch etwas anderes. Ich glaube auch, dass ein Kopftuch vielleicht nicht der Vorschlag ist, den alle Frauen vom Präsidenten unbedingt gemacht bekommen wollen. Also, ich glaube, wir sehen hier, dass es eine Vielzahl an Themen gibt, die viele Menschen auch anders sehen als er. Und da können wir vielleicht abschließend zum Punkt 1 festhalten, dass es schade ist, dass er sich keine TV-Diskussion stellt. Auch da bin ich bei Ihnen. Ob das er viel zu tun hatte? Ja, stimmt. Aber ich glaube, am meisten zu tun hatte er in den letzten Jahren damit, türkis-grüne Minister wie bei der Drehtür rein- und rauszuschicken. Und da könnte man vielleicht auch sagen, vielleicht hätte er da auch einmal die Qualität der Minister besser prüfen können und besser prüfen sollen, weil dass wir drei Bundeskanzler in Rekordzeit haben, dass mehrere Gesundheitsminister sich die Klinke geben, dass so viel Regierungspersonal dauernd ausgetauscht werden muss und der Bundespräsident eigentlich nichts anderes macht, als den Notar, den Stempel drauf zu hauen, ohne vielleicht auch einmal zu schauen, ist das Personal überhaupt qualifiziert, dass da vorgeschlagen wird? Das ist vielleicht doch auch zu wenig. Und ich glaube, dass man auch hier durchaus kritisch sehen kann, wie er sich in diesen Bereichen verhalten hat. Das ist ja auch etwas, das manche Grüne kritisch sehen, hinter vorgehaltener Hand. Was meinen Sie jetzt konkret, dass es Ministerinnenwechsel gegeben hat? Nein, dass es so viele Kanzlerwechsel gegeben hat, natürlich eher die ÖVP-Wechsel, dass es viele Skandalen hat. Also Kanzler waren nur die ÖVP. Genau, und auch Minister, also jenseits der zwei Gesundheitsminister der Grünen, die aber teils aus anderen Gründen sind. Ich möchte aber schon sagen, sechs Jahre Bundespräsident, zwei Jahre Grüne in der Regierung. Ich möchte das in Relation stellen. Die Minister, es waren Männer, die von den Grünen gegangen sind, sind aus ganz anderen Gründen gegangen, wie die FPÖ-Minister davor und auch die ÖVP-Bundeskanzler zum Beispiel. Da hat es Skandale gegeben, die haben gehen müssen und da hat es Videos gegeben und, und, und. Das zu vergleichen, finde ich ein bisschen komisch, wenn jemand geht und sagt... Schallenberg nicht, sage ich jetzt. Schallenberg nicht, Entschuldigung. Ja, okay, das hat andere Gründe. Aber viele von den Ministern, die vorher aus der schwarz-blauen Regierung gehen haben müssen, haben aus ganz anderen Gründen gehen müssen. Die zwei grünen Minister, die gegangen sind, sind aus persönlichen Gründen gegangen, der gesundheitlichen Grünen. Und das finde ich ein bisschen unfair, das in einen Topf zu machen. Also erstens glaube ich nicht, dass beide aus gesundheitlichen Gründen gegangen sind. Zweitens, wenn alles so toll gewesen wäre, was diese grünen Minister gemacht hätten, dann hätten wir ja jetzt nicht die Situation, dass diese aktuelle Koalition auf Bundesebene, die aus ÖVP und Grünen besteht, die ÖVP irgendwo bei 20 Prozent rumgrundl, und die Grünen irgendwo bei 10 Prozent rumgrundl. Das heißt, die Koalition, die wir auf Bundesebene haben, die ständig Gesetze einführt, ständig über die Menschen drüber fährt, gerade einmal 30 Prozent Zustimmung hat. Wenn ich da an die FPÖ-Regierungsbeteiligungszeit denke, da war 60 Prozent, 65 Prozent Zustimmungsraten. Dass das Ganze zu früh geendet hat, ja, das stimmt leider. Ich glaube allerdings, die Hoffnung soll man nicht verlieren, dass es vielleicht bald auch mal auf Bundesebene eine Neubegegeben gibt. Ich korrigiere das leider, aber sonst soll ich sagen. Und ich glaube, dass es vielleicht auch nicht schlecht wäre, wenn es einmal einen Präsidenten gäbe, der auch darauf achtet, dass wenn eine Regierung nur mehr 20, 25 Prozent Zustimmung hat, es vielleicht auch einmal die Situation geben muss, Neuwahlen auszurufen, das Parlament aufzulösen. Ich glaube, dass es einen Präsidenten geben muss, der auch das Gesamtwohl Österreichs im Blick haben muss und nicht nur als willfähriger Ja-Sager der Regierung agiert. Und genau das tut von der Bellen ja. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, wo es eine schwarz-grüne Bundesregierung gibt, die viele, viele unpopuläre Maßnahmen durchsetzt, wo es viel Kritik gibt, braucht es in dem Präsidentschaftsamt einen Gegenpol, braucht es einen freiheitlichen Kandidaten. Und gibt es mit Walter Rosenkranz hier, glaube ich, auch ein Angebot, wo niemand sagen kann, dass der nicht ernstzunehmend ist, dass das ein Radikaler ist oder dass der dem Amt Schaden zufügen würde. Nein, ganz im Gegenteil. Mit Walter Rosenkranz gibt es einen Anwalt, einen Volksanwalt, einen Juristen, einen Parlamentarier, jemanden, der dieser Regierung auf die Finger schauen würde. Und genau das ist, glaube ich, das, was Österreichs braucht. Herr Graus, Sie haben natürlich eine perfekte Rede von Walter Rosenkranz gehabt. Ich finde das gut, Sie sind von der FPÖ, sei FPÖ-Kandidat. Sie machen das perfekt. Das ist keine Rede. Nein, es ist perfekt. Ich liste die Fakten auf. Ja, okay, ein Verstanden. Wir werden diese Wahl haben. Ich kann nur sagen, ich bin froh, dass während des Ibiza-Skandales Campbell, Bundespräsident, die müssen wir gar nicht ausmalen, was da gewesen wäre, wenn das so gewesen wäre. Ich bin froh, dass der Bundespräsident damals von der Bellen hieß, bei all diesen Skandalen, die da da waren. Wir haben jetzt eine Wahl, die Menschen können beurteilen, die sehen, was der aktuelle Bundespräsident die letzten sechs Jahre gemacht hat. Die werden sich die anderen Kandidaten anschauen und die Wählerinnen werden entscheiden. Ja, und ich würde mir wünschen, dass wir jetzt in einer Situation einer enormen Teuerung, Rekordinflation, Preissteigerungen an allen Ecken. Mir ist klar, dass Sie sich einen blauen Bundespräsidenten wünschen. Was soll sich sonst wünschen? Genau da würde ich mir wünschen, dass es einen Kandidaten gibt und einen Präsidenten gibt, der ein Gegengewicht zu dieser Regierung bildet. Es gibt in diesem Land eben auch eine sehr große Zahl von Menschen, die die Dinge anders sehen als diese Bundesregierung. Herr Graus, der Bundespräsident ist sechs Jahre gewählt. Die nächste Regierung wird 2024 gewählt. Ihre Regierung ist in allen Umfragen massiv gesunken. Jetzt wieder einen Bundespräsidenten zu haben, der alles nur abnickt, ich glaube, dass das viele Menschen nicht wollen. Und ich glaube, dass wir jetzt vielleicht eine Umfragesituation haben, wo Alexander Van der Bellen weit vorne ist. Gratulation. Also gut, Sie glauben das, wir werden es im Herbst wissen. 2016 hat Norbert Hofer aufgeholt und ich sage Ihnen, ein ähnlicher Aufholjagd wird es jetzt noch geben. Da gibt es aber einen Unterschied zu 2016 und davon, dass es unterschiedliche Kandidaten sind. Und das ist das gleiche, mehrere Versuchen für das Amt zu kandidieren, die zumindest einem ähnlichen politischen Spektrum entspringen. Also einerseits Gerald Groß, der den Leuten ja auch von diesem Sender bekannt ist, Ex-FPÖ und BZÖ. Andererseits jetzt auch Tassilo Valentin, mit dem ja Herbert Kickl sogar Gespräche geführt hatte über eine Kandidatur. Und als Letzte noch den Chef der Impfgegnerpartei NFG. Ja, also ich glaube, wir werden immer sehen, wer die 6.000 Unterschriften schafft. Dann werden wir sehen, wer am Stimmzettel ist. Und dann, glaube ich, ist natürlich die erste große Hürde, dass es in eine Stichwahl kommt. Weil wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, dann ist es umso unwahrscheinlicher, dass es in eine Stichwahl kommt. Wenn viele Leute wählen gehen und von mir aus manche MFG wählen, manche die Biopartei wählen, dann ist das ja im Gesamten kein Nachteil für eine Stichwahl. Ich wünsche mir, dass möglichst viele Leute FPÖ wählen und Walter Rosenkranz schon in der ersten Runde unterstützen. Ich bin mir aber mehr als 100% sicher, dass es, wenn es zu einer Stichwahl kommt, sich die zwischen Van der Bellen und Walter Rosenkranz abspielen wird. Und wenn diese zwei Kandidaten dann einander gegenüber am Wahlzettel sind in einer Stichwahl, dann sind alle Chancen intakt. Und dann halte ich es für möglich, dass es hier eine Überraschung gibt. Also ich bin mir nicht, um die Worte zu verwenden, Wenn wir daran nicht glauben würden, dann müssen wir ja gar nicht antreten. Ich bin mir nicht mehr als 100% sicher, dass wir eigentlich nicht. Also ich kann nur sagen, es gibt im Herbst diese Wahl. Ich finde nichts Schreckliches in einer Wahl. Im Gegenteil, es sollen die Kandidatinnen ihre Ideen vorstellen. Die Kandidaten. Und Van der Bellen hat natürlich in dem Fall schon bewiesen, wie er das Amt anlegt. Die anderen werden ihre Ideen erzählen und die Bevölkerung und die Menschen werden abstimmen. Dass Sie hoffen, dass der FPÖ-Kandidat gewinnt, ist jetzt nicht so verwunderlich. Das wundert uns jetzt nur bedingt. Genauso verwunderlich, wie Sie wie Van der Bellen sind. Es ist auch nicht verwunderlich. Richtig, genau deswegen wollen wir ja diese Polarisierung hier haben. Das ist korrekt, aber gleichzeitig gibt es so ein bisschen die Stimmung. Es gibt die Umfragen, die Van der Bellen sehr deutlich voran sehen. Also irgendwo mit 60%. Haben Sie da ein bisschen die Befürchtung, dass die Leute sich alle denken könnten, naja, Kmatte wiesen und dass die Wahlbeteiligung dann sehr gering ist und dieses Lager stärker, also wer auch immer jetzt da antreten kann aus diesem Lager. Das wird Walther Rosenkranz sein. Naja, ja, aber sonst von den übrigen antreten kann, dass da sozusagen am Ende wirklich eine Stichwahl rauskommen könnte. Also generell, ich glaube, dass alle Menschen, die politisch aktiv sind und das ein und so hoffentlich über alle Fraktionen hinweg, auch die Aufgabe haben, dass wir bei Wahlen versuchen, Menschen einzuladen, dass die Wahlbeteiligung hochgehalten wird. Bei jeder Wahl gibt es für mich, ja. Deswegen macht mich jede niedrige Wahlbeteiligung an sich nicht glücklich, ja. Ich glaube, es sind jetzt noch so viele Unschärfen. Wir wissen wirklich nicht einmal noch, wer jetzt wirklich die 6.000 Unterstützungserklärungen schafft. Jede Umfrage geht von irgendwelchen Annahmen aus. Ich würde wirklich nicht Kaffeesud lesen, wie hoch die Wahlbeteiligung dann sein wird. Ich weiß es nicht, hängt auch vom Wetter, aber an dem Tag zum Beispiel auch. Ich gehe davon aus, dass die Menschen mit der Arbeit des bestehenden Bundespräsidenten sehr zufrieden sind und das auch gutieren werden. Aber wer sonst noch da reinkommt, ich weiß es nicht. Man muss ja auch zu all den Umfragen sagen, erstens, wie gesagt, man kennt die Kandidaten nicht und zweitens, der inhaltliche Wahlkampf hat ja noch wenig Zug aufgenommen. Es hängt noch kein einziges Plakat, es hat noch keine einzige TV-Diskussion gegeben. Ich glaube, dass viele Menschen jetzt zum Beispiel Van der Bellen kennen von seiner Amtsführung, aber vielleicht Dr. Walter Rosenkranz aus ein, zwei Medienberichten kennen, aber sich noch informieren werden und noch mehr darauf kommen werden, was das Angebot ist. Und dann sind diese gut 20 Prozent, von denen die FPÖ und Walter Rosenkranz da jetzt starten, eine Ausgangsbasis und dann kann es da noch ganz schnell raufgehen. Und das Ziel muss die Stichwahl sein, das Ziel muss dann sein, in einem Kopf-an-Kopf-Rennen mit Van der Bellen sich vielleicht doch durchzusetzen. Aber gleichzeitig, auch wenn ich weiß, dass die Unterschriften noch nicht fix sind, trotzdem noch einmal zur Frage, bevor wir dann in eine Werbepause gehen, wie sehen Sie denn die an sich Kandidatur von Darsilo Valentin und Gerald Groß? Kann das nicht zum Problem für den FPÖ-Kandidaten werden? Nein, also ich glaube... Wenn die beiden die Unterschriften zusammenbringen und tatsächlich antworten... Ich glaube, in erster Linie ist natürlich unser Gegner Van der Bellen. In zweiter Linie, wie gesagt, jeder Kandidat, der antritt, der die Unterschriften schafft, ist legitimiert zu kandidieren, ist auch natürlich deswegen wählbar. Ich glaube allerdings, dass viele Menschen am Ende doch das Original, nämlich die FPÖ, wählen werden, weil sie wissen, dass nur eine Stimme für Walter Rosenkranz eine Stimme ist, die auch tatsächlich etwas bewegen kann, weil er der einzige Kandidat ist, der tatsächlich die Chance hat, Van der Bellen zu besiegen, weil er der einzige Kandidat ist, der auch bereits einen politischen Lebenslauf hat, der von Erfahrung zeigt, der auch eine Partei im Hintergrund hat, die Dinge auch umsetzen kann und weil er einfach der ist, der für die größte Glaubwürdigkeit in diesem Bereich steht. Und da werden viele Leute, die sich vielleicht einmal informieren, dann am Ende erkennen, dass Dr. Walter Rosenkranz der Kandidat ist, der wertkonservative Themen, der mit den Rechtsthemen und der Themen... Da will ich da nur eine Frage stellen, die mich wirklich interessiert. Es ist, wiederholen wir jetzt noch, dass Sie überzeugt sind, Sie haben gesagt, mit mehr als hundertprozentiger Sicherheit. Was ist, wenn es nicht passiert? Was ist, wenn ein anderer Kandidat der Zweitstärkste wird? Er könnte ja auch Marco Pogo heißen oder, keine Ahnung, es gibt ja auch den Heini Staudinger, aber keine Ahnung, wer über alle antritt. Wie würden Sie dann reagieren? Oder wenn er Valentin hat, was würde dann in der FPÖ passieren? Ich würde dann gerne mit Ihnen... Jetzt übernimmt du meine Rolle, weil eigentlich will ich das Thema später ansprechen. Aber mich würde interessieren, wen würden Sie Stichwahl Brunner gegen Pogo? So, Sie sagen, jetzt erforderlich mit einer Gegenfrage, okay. Ich habe das gefragt, aber... Brunner gegen Pogo? Brunner gegen Pogo, das ist ja völlig absurd, wenn man da jetzt irgendwelche Duelle, die es nicht gibt, herauffantasieren. Es wird eine Stichwahl geben zwischen Van der Bellen und Rosenkranz. Wer dann gewinnt, werden wir sagen. Wenn es nicht so ist, sitzt man wieder da und dann erinnert sich... Ich glaube auch, wenn Sie daran haben, dass Sie das gesagt haben, okay. Ihr werdet so und so wieder da sitzen, aber ich werde ihm die Frage ein bisschen anders noch einmal stellen, weil es würde mich natürlich auch interessieren, was in der FPÖ los wäre, wenn zum Beispiel Tasselow Valentin und Gerald Groß verdammt nahe an den FPÖ-Kandidaten herankämen. Über das und über die Performance der türkis-grünen Regierung reden wir gleich nach der Werbepause weiter. Bleiben Sie dran. Willkommen zurück zu unserem Duell Grün gegen Blau und Blau gegen Grün. Maximilian Kraus von der FPÖ und Hans Arsenowitsch von den Grünen. Guten Abend. Ich schließe dort an, wo Ihr Kollege Arsenowitsch vorher einen Ausflug in den Journalismus versucht hat und stelle die Frage aber anders. Sie können es viel besser, wirklich. Das passt schon. Jeder kann Fragen stellen. Ich rede jetzt gar nicht von Stichwahl, aber gehen wir einmal davon aus und Umfragen gehen ein bisschen in die Richtung, dass natürlich, wenn Gerald Groß und Tasselow Valentin beide die Unterschriften zusammenkriegen würden, da durchaus Wähler aus dem gleichen Segment kämen. Was würde in der FPÖ tatsächlich passieren, wenn, sagen wir, Walter Rosenkranz da bei 16 Prozent liegt und Gerald Groß und Tasselow Valentin bei 10? Es gibt in den Medien immer irrsinnig viele Spekulationen, was passieren könnte, wenn jemand dort liegen würde. Was soll denn in der FPÖ passieren? Ich gehe nicht davon aus, aber ich glaube, das Ziel muss einmal sein, dass wir zumindest Zweiter werden in der ersten Runde. Das Ziel muss sein, dass wir in eine Stichwahl kommen und je größer der Abstand zum Dritten, zum Vierten ist, umso besser. Punkt. Und wenn der Abstand nicht so groß ist? Der wird groß genug sein. Ich glaube, vielleicht schaffen wir es, den Abstand zum Ersten geringer zu halten als zum Dritten. Warten wir es ab. Werden Sie dann Herbert Kickler im Parteitag wählen, wenn das so ist? Die Wahl ist vor der Bundesparteitagwahl. Unser Parteitag ist am 17. September und ich glaube, wir werden dort mit viel größerer Geschlossenheit auftreten, als sich viele Medien wünschen würden. Also das ist gut, dann gibt er mir jetzt ein Stichwort. Also die FPÖ ist total geschlossen und es gibt keinerlei Konflikte zwischen der Wiener FPÖ und Herbert Kickl. Nein. Also wir haben Herbert Kickl vor... Haben Sie ihn eingestellt? Nein, auf welche Frage jetzt? Nein, es gibt diesen Konflikt, den man in vielen Medien liest, nicht. Wir haben vor einem Jahr Herbert Kickl, glaube ich, knapp 90 Prozent gegeben am Parteitag. Und ich bin sicher, dass es dieses Mal ein ähnliches, vielleicht sogar besseres Ergebnis sein wird. Wir werden ihn natürlich stärken. Er ist unser Obmann, er ist der Obmann des Parlamentsklubs und er ist verantwortlich, dass die Partei in eine gute Richtung geführt wird. Und hier irgendwelche internen Debatten in den Medien zu lesen und dann zu glauben, dass es die in der FPÖ gibt, das entspricht nicht der Wahrheit. Da muss er selber lächeln. Aber die Anzeige ist kaum nicht von den Medien. Oder ich meine, es ist jetzt nicht meine Baustelle und ich will mir jetzt nicht in innerparteilichen Diskussionen und hat eh jeder seine eigenen Baustellen wahrscheinlich. Aber dass Sie sagen, da gibt es überhaupt nichts und alles ist super. Also ich als ein bisschen Beobachter und auch schon ein bisschen länger dabei, ich habe kaum so eine Phase innerhalb der FPÖ, also nicht einmal Knittelfeld und PZÖ. Ich glaube, ich habe das nicht so arg empfunden damals wie jetzt. Aber wie gesagt, das geht mir nichts an. Wenn Sie sagen, es ist eh alles super, dann ist halt alles super. Herr Zinovic, Sie wissen, dass es hier einen Mitarbeiter gegeben hat, ja das stimmt, der eine Anzeige eingebracht hat oder zumindest auf seinem Laptop hatte. Sie wissen aber auch, Sie wissen aber auch, dass es hier einen Selbstmordversuch gegeben hat, einige Tage darauf, und dass wir uns jetzt darüber verbreitern, was da die Schuld ist oder nicht. Nein, eigentlich. Sie waren nur die Diskussion, Sie haben gesagt, das ist alles super in der FPÖ. Und ich glaube, bei einer Umfragensituation von den Grünen bei 10 Prozent, sollten Sie sich vielleicht andere Gedanken machen. Wenn Sie finden, dass alles super ist, dann lasst es so stehen, was ein ehemaliger Mitarbeiter des Parlaments ist. Lassen wir das so stehen, wenn Sie sagen, es ist alles super in der FPÖ. Das ist nicht die Aufgabe, machen Sie sich lieber Gedanken, was Sie gegen die Teuerung tun könnten. Hier gibt es viel Potenzial. Machen Sie sich Gedanken aus Ihrer eigenen Sicht, wie Sie Ihre eigenen Umfragen besser machen können. Die liegen am Boden, die sind im Keller, die sind katastrophal. Machen Sie sich Gedanken, wie Sie diese ganze Krise, mit der sich die Österreicherinnen konfrontiert sind, bewältigen können. Alles wird teurer, die Grünen nicken es auch. Dann reden wir über das. Alles wird teurer, die Grünen sind mit dabei. Reden wir über konkrete Vorschläge. Reden wir gerne darüber. Wir reden das erste Mal über die Umfragen. Grundsätzlich, es hat ein FPÖ-Präsidium gegeben am Mittwoch und da wurden Nibelungenschwüre ausgemacht. Und man will auch die Bundespräsidentschaftswahl jetzt nicht gefährden. Auch die Tirolwahl wahrscheinlich nicht. Aber noch einmal, es ist nicht meine Baustelle. Dafür machen Sie sich aber ganz viel Gedanken. Nein, überhaupt nicht. Ich war nur überrascht, wie Sie gesagt haben, es ist alles super und es gibt diese Sachen nicht. Und ich denke mir, okay, wenn der Zustand, der sich super ist, dann will ich nicht wissen, wie es ist. Aber okay, es ist nicht meine Geschichte. Ja, ich hör schon auf. Gleichzeitig ist nicht vergleichbar mit den Situationen, auf die wir jetzt aus diversen Gründen nicht näher eingehen noch einmal. Aber trotzdem auch nicht in einem Auffind ist gerade die türkis-grüne Regierung im Gegenteil. In sämtlichen Umfragen kommen tatsächlich türkis und grün nur noch auf ungefähr 30 Prozent Zustimmung. Und auch in sämtlichen Umfragen in den Vertrauenswerten sieht man eine echte Vertrauenskrise gegenüber dieser Koalition. Also gut laufen, schaut auch anders aus, oder? Bin ich bei Ihnen. Also wir haben es ja auch nicht gleich gehabt, das Grüne, muss man ehrlich sagen. Dritte Bundeskanzler, Skandale beim Koalitionspartner, die passiert sind und, und, und. Das haben andere Länder nicht gehabt. Dann die vielen Herausforderungen, Krisen. Ich zöse jetzt nicht alle auf, Sie kennen sie. Was generell natürlich für Regierungen es schwierig macht. Ich sage nur, während der Corona-Zeit auch eine Parlamentspartei, die fundamental dagegen gearbeitet hat, was in anderen europäischen Ländern so auch nicht gegeben hat. Also es waren schon viele Faktoren, die es nicht leicht gemacht haben. Die Situation ist so, wie sie ist. Die ist nicht befriedigend, bin ich voll bei Ihnen. Umso mehr gibt es jetzt Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten. Weil, was uns ja eint, auch uns zwei, Herr Kraus, wir sind angetreten, um Lebenssituationen von Menschen zu verbessern. Und das müssen wir jetzt tun. Sei es Teuerung, sei es Energiekrise, was auch immer. Sei es Corona, sei es Klima, was große Böse ist. Aber ihr seid jetzt in der Regierung. Absolut. Also wenn Sie dafür angetreten sind und wenn es Ihr Ziel war, dann haben Sie vielleicht ein gutes Ziel, aber das Ziel, muss man schon ehrlich sagen, haben Sie katastrophal verfehlt. Weil, wenn wir erleben, dass in Österreich alles teurer wird, dass wir eine Inflation haben, die in Richtung Zweistelligkeit geht, dass die Menschen sich Grundnahrungsmittel in manchen Bereichen nicht mehr leisten können, weil ihr es nicht schafft, endlich Steuersenkungen in diesen ganz wichtigen Bereichen durchzuführen. Dass die Menschen nicht mehr das Auto mit Benzin befüllen können, obwohl sie dafür angewiesen sind. Warum reden Sie staunt rein? Entschuldigung, ich wollte nur nachfragen. Sie sagen immer, Sie wollen eine nette, kultivierte Diskussion. Ich bemühe mich und Sie reden dauernd rein, das finde ich nicht fair. Sie haben recht. Und nur wenn man die eigene Leistungsbilanz hört, die ist in manchen Bereichen halt nicht immer gut und leider in ihren Bereichen fast keinem Bereich gut, weil alles wird teurer, die Inflation steigt, Energiekosten steigen. Das sind Bereiche, wo Sie als Grüne auch direkt verantwortlich sind. Und wir haben eine Energieministerin, die Frau Gewessler, die zwar einerseits mit dem Privatchat gerne herumfliegt, wie wir aus parlamentarischen Anfragen kennen, die irrsinnig viel Geld jetzt auch ausgegeben hat für ihre Social-Media-Profile, wo sie, glaube ich, über 100.000 Euro, kann das sein, 100.000 Euro, ja, allein dieses Jahr ausgibt, dafür, dass sie auf Facebook und auf Instagram postet. Dafür ist anscheinend Geld da, für Entlastungspakete nicht. Und das bekommen die Menschen mit. Und deswegen ist die Unzufriedenheit auch so groß. Weil auf der einen Seite eine grüne Ministerin zu haben, die sich auch eine Klimaanlage um mehrere 10.000 Euro im eigenen Büro einbaut, die Menschen aber in Wien aufs Lastenrad zwingen möchte, das Auto immer teurer machen möchte, jetzt im Herbst noch ernsthaft darüber nachdenkt, ernsthaft einführen will, eine CO2-Bepreisung, um alles noch teurer zu machen. Ich glaube, da sind die Menschen zu Recht unzufrieden und da gibt es zu Recht einen Aufstieg. Ich verstehe, dass es schwer ist, für Sie das auch zu rechtfertigen. Ich würde gerne was sagen. Und das sind sehr unzufrieden. Sie müssen mich nur an den Antworten lassen. Ich weiß gar nicht, ob ich anfange. Erstens einmal, die Teuerung, bevor wir zur Teuerung reden, es gab ja auch viele Herausforderungen in den letzten zwei Jahren vor der Teuerung. Aber reden wir über jetzt. Okay, ich möchte nur sagen, was Sie sagen. Wir haben Corona, ich kann nur sagen, die Hilfen. Ich bin tagtäglich bei Unternehmungen, die kommen. Da gibt es doch jetzt bei dem Untersuchungsausschuss, weil ich da sogar alles falsch gemacht habe. Ich werde jetzt nicht aussprechen, aber bitte. Okay. Die große Krise vor der Herausforderung, wir stehen vor der Klimakatastrophe. Glauben Sie mir, da gibt es niemanden, der mehr dafür tut, wie die grüne Umweltministerin. Und jetzt zu den Dingen, die Sie auch angesprochen haben. Danke, dass Sie mir diese Facebook und diese Seiten. Ich habe mir das nämlich ganz genau angeschaut. Das ist sehr interessant. Erstens einmal, das Klimaministerium ist ein Riesenministerium. Da gibt es das Klimaverkehr. Es gibt sogar Patentamt, das Patentamt gehört da, sogar Weltraum und, und, und. Für sehr viele. Da gibt es wirklich 30 Seiten, die unterschiedliche Themen in einem großen Ministerium abdecken. Stimmt. Dann haben wir die Arbeit gemacht und die haben Sie sich nicht gemacht. Hätten Sie es gemacht, dann hätten Sie jetzt das nicht selber aufs Spiel gemacht. Ich habe mir die Arbeit gemacht. Wann sind diese Seiten gegründet worden? Und dann sehe ich, das ist schon jahrelang her. Und dann schaue ich mir, wer war damals Verkehrsminister, wie diese teuren Seiten gegründet worden sind. Ich gebe Ihnen einen kleinen Hinweis, er heißt mit Familiennamen Hofer. Nein. Und jetzt sagen Sie mir, von welcher Partei das Herr Hofer ist. Nein, hat er nicht. Ich habe mir es angeschaut, Sie scheinbar nicht. All diese, viele dieser Seiten, nicht alle, also zum Beispiel Klimaticket ist neu und, und, und. Weltraumseite, Patentseite. All diese Seiten, die Geld kosten, die, ich würde es gar nicht abschalten, ob das damals notwendig war oder nicht, oder jetzt noch notwendig, wurden unter anderem von einem Verkehrsminister Hofer gemacht. Und jetzt sagen Sie, die Gewessler ist schuld, dass der Hofer das macht. Nein, jetzt muss ich Ihnen aber schon kurz antworten. Ich weiß nicht, vielleicht sind Sie nicht so Social Media affin. Eine Facebook-Seite zu gründen, kostenlos. Eine Facebook-Seite im Jahr 2022 mit 100.000 Euro zu bewerben, nicht kostenlos. Und wer macht die Bewerbung? Macht das die Agentur vom Herrn Lockel, der auch der Berater des Grünen-Präsidenten ist? Ist das eine Zufall oder nicht? Ich will nur sagen, auch bei der Grünung war er der Beste oder dass wir kommen, weil er grüner ist. Auch bei der Grünung war er der Beste oder hat er das bekommen, weil er grüner ist? Auch bei der Grünung. Nicht einmal Sie können sagen, dass der Grünung die Beste gewesen wäre. Ich bin bei den Ausscheibungen nicht dabei, ich glaube nicht bei den Ausscheibungen von Hofer dabei. Aber wenn Sie sagen, der Hofer hat hier alle Seiten für sein Ministerium gratis bekommen, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir schon wieder da. Reden wir über, reden wir über. Und wenn Sie da jetzt ernsthaft sagen, diese Kosten sind so explodiert, weil sie jetzt plötzlich auch für den Weltraum zuständig sind. Also ich glaube, die Österreicher, die brauchen nicht, dass die Frau Gewessler sich jetzt auch noch für den Weltraum zuständig hat. Das hat eh der Hofer gemacht. Die bräuchten Sie jetzt einmal die Gebühren in Österreich senken. Ich will nur sagen, wer im Glas sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Und bitte, 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 bleiben Sie da ein bisschen realistischer. Und versuchen Sie nicht die Verantwortungen, die im Jahr 2022 an Kosten entstehen, fünf Jahre zurückzudatieren. Mit dem Herrn Hofer als Verkehrsminister waren die Menschen übrigens sehr zufrieden. Da ist echt was weitergegangen. Ja, wenn wir 140 auf der Autobahn fahren, ist sehr viel weitergegangen. Aber jetzt sind wir schon wieder in dieser Polemik. Wenn man so einen Schein gesagt hat, wie sieht er, zahlt sich das ja auch aus. Aber wie sieht das wieder mit der Frau Gewessler aus? Wir haben gesagt, wir reden konkret und versuchen über konkrete Vorschläge, wie wir den Menschen... Aber dann stelle ich Ihnen ein paar konkrete Fragen. Wir sitzen ja gemeinsam im Wiener Gemeinderat und Landtag. Wir sitzen gemeinsam im Wiener Gemeinderat und Landtag. Ja, offenbar wollen Sie beide lieber Journalists werden. Wir sitzen beide im Gemeinderat und Landtag. Warum lehnen die Grünen in zehn Jahren grüner Regierungsbeteiligung jeden FPÖ-Antrag im Klimaschutzbereich ab? Sie selbst sind seit fünf Jahren gut im Wiener Gemeinderat. Warum lehnen Sie jeden Klimaschutzantrag von uns ab? Wir haben eingebracht in Wien die Gemeindebauten, bei denen es möglich ist, mit Solaranlagen auszustatten. Die Grünen waren dagegen. Ich verstehe es nicht. Ihr stimmt gegen jede Maßnahme im Klimaschutzbereich, die von der FPÖ kommt, nur weil sie von der FPÖ kommt. Finden Sie das vernünftig? Ich nicht. Warum gibt es aber auch in anderen grünregierten Bundesländern wie Tirol oder Salzburg kein einziges Windrad? Also ich glaube, dort, wo man wirklich Dinge umsetzen könnte, ohne die Menschen zu belasten, dort sind die Grünen dagegen. Und dort, wenn es darum geht, zusätzliche Steuern einzuführen, das Leben teurer zu machen, sinnlos Sanktionen zu verhängen, die Inflation damit anzufachen, da sind die Grünen von dabei. Und gleichzeitig fliegt die grüne Ministerin dann mit Privatscheid nach Katar, um dort Öl einzukaufen. Und jetzt sperrt es die Kohlekraftwerke wieder auf. Gas. Es ist alles so absurd. Es ist alles so absurd. Und dann hier sich darauf auszureden, dass das mit dem Weltraum zu tun hätte, weil man dafür auch zuständig ist. Und außerdem war 2017 der Herr Hofer-Minister, der hätte es auch nicht besser gemacht. Das ist wirklich peinlich und das ist politisch fahrlässig. Und die Menschen in Österreich bezahlen diesen Blödsinn und das ist das wirklich Traurige. Okay. Erstens habe ich gesagt, zu seiner Zeit wurden diese Seiten gegründet. Und wenn Sie mir sagen, Seitengründen wurden auch von der Agentur gemacht. Ich wollte es ja gesagt haben, weil ihr macht es euch leicht und sagt, ich finde es ja kurz, bei so etwas zu sagen. Aber okay, zu dem Argument, ich erkläre Ihnen jetzt nicht den Unterschied, was heißt regieren, weil Sie sagen, die Grünen regieren oder mitregieren, in kleiner Koalitionspartner zu sein. Und glauben Sie mir, dass auch in den westlichen Bundesländern Grüne immer für alternative Energie waren und auch für Windkrafträder und, und, und. Und dass wir aber dort nicht die Landeshauptmenschen stellen, zum Beispiel. Auch in Wien kann ich Ihnen sagen... Ich habe noch nie gehört. Echt nicht? Ein Landeshauptmensch. Entweder es gibt einen Landeshauptmann oder eine Landeshauptfrau, aber Landeshauptmensch gibt es doch sehr gut. Aber ich gebe Ihnen gerne Nachhilfe in China. Nein, danke, nein. Wir hatten auch in Niederösterreich zum Beispiel eine Frau, aber okay. Das ist eine Landeshauptfrau, nicht der Landeshauptmensch. In Wien, in Wien, in Wien. Ich glaube auch die Niederösterreichische Landeshauptfrau sagt, sie ist eine Frau Landeshauptmann. Aber bitte, bitte sagen Sie Mensch und uns 17 Geschlechter bleibt Ihnen überlassen. Das sind wir jetzt wieder bei der Polemik, oder? In einem Punkt gebe ich Ihnen sogar recht. Ich bin schon, ich finde es auch blöd in der politischen Landschaft und das passiert leider in allen Parlamenten und allen Fraktionen, dass man reflexartig Ideen von anderen Parteien prinzipiell schickt. Aber sie kennen mich und ich tue das nicht. Ich tue das in meinem Einzugsbereich, wo ich in der Wirtschaftskammer, setze ich mich sehr wohl auch ein, dass das ernsthaft mit allen Fraktionen diskutiert wird. Ich leite zum Beispiel jetzt gerade eine große Arbeitsgemeinschaft in der Wirtschaftskammer, mit allen Fraktionen, wo wirklich gut zusammengearbeitet wird. Also es geht schon, wenn man will. Leider ist die politische Kultur in ganz Österreich, in allen Fraktionen, da noch nicht so weit. Und da würde ich mir wirklich mehr wünschen. Da bin ich voll bei Ihnen. Ihr müsst euch übrigens entscheiden, ob ihr per Du oder per Sie seid. Ihr wechselt die ganze Zeit vom Sie zum Du. Aber ich sage es noch. In Wien, wissen Sie, sind wir nicht mehr in der Regierung. Also was soll ich noch sagen? Also es ist schon fast zwei Jahre her. Ich sage es Ihnen, falls ich das nicht mitbekommen habe. Es ist jetzt Rot-Neos. Das kann man fast nicht mitbekommen, weil der Trennungsstreit, der sitzt ja noch immer tief bei den Wiener Grünen. Und vor allem auch zum Beispiel Projekte, die wichtig waren für Wien, wie die Stadtstraße, die ja auch grüne Stadträtinnen mitgeplant haben, die ihr plötzlich boykottieren wolltet und illegale Demonstrationen unterstützt habt, das war schon mehr als verwunderlich. Also dass ihr nicht mehr in der Regierung seid, das kriegt man insofern mit. Herr Gauß, Sie sagen, es soll nicht polemisch sein. Sie kommen von Teuerung auf Stadtstraße, illegale Demos. Man kriegt es nur leider doch mit. Ich weiß schon gar nicht mehr, worauf Sie da reden. Man kriegt es nur leider insofern doch wieder nicht mit, weil die Neos sich ja sehr ähnlich wie ihr verhaltet. Die sind ja auch völlig in der SPÖ aufgegangen. Also den Vizebürgermeister Wiederkehr, den kennt man ja gar nicht. Reden wir vielleicht wirklich konkret über unsere Ideen, die Sie haben vielleicht auch im Teuerungsausgast. Mich würde das wirklich interessieren, weil Sie haben ja gerade gesagt, was sind jetzt Ihre Ideen, um die Teuerung zu bekämpfen? Ich habe herausgehört, Mehrwertsteuer senken, habe ich das richtig verstanden? Mehrwertsteuer senken auf Grundnahrungsmittel, Preisdeckel einführen bei Energie und Sprit, wie es andere Länder machen. Viele Österreicher sind aktuell in Ländern wie Kroatien, Slowenien, Montenegro auf Urlaub. Ich kann jetzt sagen, beide Punkte sind ganz anders wie Sie, aber über das möchte ich konkret zum Beispiel diskutieren. Viele Österreicher sind gerade im Ausland, im nahen Ausland, in Kroatien, in Montenegro, in Serbien, in Slowenien auf Urlaub und kommen zurück und tanken dort noch einmal voll, weil dort der Sprit nur 1,50 kostet. Dann fahren Sie nach Österreich über die Grenze und müssen über 2 Euro zahlen. Warum? Weil der Staat hier kräftig mitkassieren möchte, weil der Staat hier an den absurd hohen Preisen noch einmal mitverdienen möchte. Und da sagen wir freiheitlich, und das ist ein konkreter Vorschlag, hören Sie endlich auf mit dieser Überbepreisung bei Energie und bei Treibstoffen. Also Sie würden einen konkreten Preisdeckel machen, habe ich das verstanden? Sie würden den Energieversorger sagen, ihr dürft zu diesem Preis verkaufen, habe ich das jetzt so verstanden? Und Sie würden eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel machen, habe ich das so verstanden? Ich frage nur nach, ob ich das richtig... Herr Sinowitsch, wenn Sie um einen Liter Benzin um gut 2,20 Euro mittlerweile tanken, kassiert der Staat hier über einen Euro mit. Hier muss der Staat im Moment überhaupt keinem privaten etwas vorschreiben. Hier muss er nur die eigenen Einkünfte ein wenig zurückschrauben. Und das wäre angebracht. Der Staat wird dieses Jahr mehr als 10 Milliarden Euro mehr an Steuern einnehmen. Sie sagen immer, bring Ihnen einen Vorschlag. Und wenn ich Ihnen eine konkrete Antwort gebe, dann sagen Sie Ihnen das aber nicht. Nein, nein, ich sage Ihnen nur, warum ich dagegen bin, wenn ich einer Ernsthaftigkeit dagegen bin. Natürlich finde ich, ich gebe Ihnen recht, die Energiegesellschaften, die Mineraliengesellschaften verdienen, unglaublich, unverschämt viel Geld an diesen Sachen. Ja, aber der Staat verdient mit. Das ist ja die Frechheit. Der Staat könnte einen Teil zurückgeben. Aber jetzt lass. Ja, bitte. Wo ich dagegen bin, wo ich wirklich dagegen bin, aus ökonomischer Sicht, um einen plumpen Preisdeckel zu machen, also den Energieversorgern sagen, ihr dürft es nur zu Betrag X verkaufen, weil ich wirklich dagegen bin, aus ökonomischer Sicht in einen freien Markt so regulierend einzugreifen, weil das wirklich eine Kettenreaktion auslösen würde. Zum Beispiel, ich glaube, dass dann noch mehr Auslandstourismus, also Auslandtanktourismus, Strom ins Ausland gehen würde, wir das subventionieren würden um den auslandgünstigen Sprit und so weiter. Ich fände es viel gescheiter, ja, dass man diese Gewinne von diesen Konzernen holt, aber dann nicht im Gießkannenprinzip, sondern sozial gestaffelt, Unternehmungen, die besonders viel Energieverbrauch haben zum Beispiel, denen das Geld zurückkommt. Da unterscheiden wir uns wirklich. Und die zweite Sache, auch bei der Mehrwertsteuersenkung sehe ich das nicht so wie Sie. Eine generelle Mehrwertsteuersenkung würde nämlich bedeuten, ebenfalls ein Gießkannenprinzip, würde bedeuten, dass jemand wie wir beide, die gut verdienen und wir mehr Mehrwertsteuer für Lebensmittel ausgeben, wie jemand, der wenig verdient oder gar nichts verdient, dass wir mehr profitieren wie die. Und das will ich nicht. Also auch da müsste es eine soziale Staffelung geben und nicht nur eine plumpe Mehrwertsteuersenkung. Deswegen bin ich dagegen, aber ich bin dafür, dass wir uns überlegen, wie wir das Leben für die Menschen billiger machen. Aber dann mit zum Beispiel direkten Subventionen oder anderen Gründen. Aber nicht mit einer plumpen Mehrwertsteuersenkung und nicht mit einem plumpen Preisdeckel. Ich halte unseren Vorschlag für deutlich besser, weil es ist mittlerweile so, dass nicht mehr nur die Ärmsten der Armen schwerst betroffen sind von diesen Preissteigerungen, sondern es gibt auch irrsinnig viele Leute, die vor kurzem zur Mittelschicht gezählt haben. Ich bin d'accord, aber wir würden mehr profitieren wie die. Die ganz normale... Wir beide profitieren mehr wie die. Wir beide brauchen es nicht. Nein, aber wir profitieren ja dann, wenn Sie mehrwertsteuersenkung haben. Aber wo ziehen Sie die Grenze ein? Es gibt Familien mit... Deswegen bin ich ja gegen eine generelle Mehrwertsteuersenkung. Ich sage es ja aus dem Grund. Es gibt Familien, die haben drei, vier Kinder, wo beide Eltern arbeiten und vielleicht unterm Strich ein gar nicht so schlechter Nettobetrag rauskommt, jedoch trotzdem aufgrund der extrem hohen Ausgabensituation und Kostensituation mittlerweile von dieser Krise existenziell betroffen sind. Also hier wieder nur zu sagen, man hilft den Leuten, die am Einkommen schwächsten sind, ist zu wenig. Also ich habe nicht gesagt, dass ich nur mit Einkommen... Das ist richtig, aber man muss hier nach oben ansetzen, weil von diesen Preissteigerungen sind auch alle Menschen betroffen. Ich habe gesagt, die, die es brauchen... Jetzt nicht. Das ist schade. Wollte ich gerade sagen. Also nochmal auf die Mehrwertsteuer-Diskussion. Ich habe nicht gesagt, dass sie wenig verdienen, sondern die brauchen natürlich Menschen, Familien mit vielen Kindern, brauchen das natürlich umso mehr und nicht nur das Plumpe... Genau um Pensionisten. Ja, nicht nur das Plumpe Einkommen, sondern dass man auf das schaut. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, alle Länder, die versucht haben, Mehrwertsteuer zu senken, sind eigentlich auf die Schnauze gefallen, weil man kann die Konzerne auch schwer zwingen, dass sie diese Preise weitergeben. Das kommt ja dazu. Das ist passiert bei denen, die die Mineralölsteuer einfach gesenkt haben und auch die Mehrwertsteuer. Das hat nicht funktioniert, weil dann die Konzerne noch mehr verdient haben und das ist nicht angekommen. Kann ich nur sagen, da gibt es Erfahrungswerte. Und nicht tun, das Gegenteil ist der Fall. Also wir haben jetzt das dritte Hilfspaket. Die ersten waren 4 Milliarden, jetzt kommt wieder ein großes Hilfspaket und ab August wird das man auch richtig spüren. Also es kommt jetzt die erhöhte Familienbeihilfe, die jetzt alle Familienbeihilfe bezieht, der Familienbonus, es gibt erhöhtes Arbeitslosengeld, es gibt ab September... Jetzt ist nicht alles ablehnt. Es ist so viel, dass ich mir das alles nicht merke, was wir da alles machen. Ich habe da noch stehen, Familienbonus ab September 5 und ab Oktober Erhöhung des Klimabonus. Das Familienbonus hat übrigens ja wirklich die FPÖ eingeführt. Hier könnten Sie mal sagen, was tatsächlich da auskommt. Ich habe nie gesagt, dass alles schlecht ist von allen Regierungen, die davor waren. Das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Es ist wieder versöhnlich, es ist mitunter erstaunlich, wie die zwei dann doch gut miteinander reden können. Aber wir sind ja dafür, dass es politischen Diskurs gibt zwischen allen. Danke Maximilian Kraus und danke Hans-Ursinnowitsch und Ihnen danke fürs Zusehen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und dann geht es spannend weiter.